Moin. Brauchen wir eine Handbremse in der Wirtschaft? Guck mal, was dahinter steht. Hier Handbremse. Darum geht's das nächste Mal beim Trend Talk am 22.11. Seid dabei, es geht um zehn Jahre Finanzkrise. Wir wollen mal schauen, was damit passiert ist, wie es weitergeht im Finhaven. Exklusives Pre-Opening. Seid dabei am 22.11. Wenn ihr Fragen habt, werdet euch an hier unten im Kommentar. Ich freue mich. Bis dann. Ich freue mich.